ok das ist natürlich jetzt gut dass der so weit vorkommt da kann ich ja die armee abgreifen hausmittel knappheit großes feuer ok da ist auch nur wieder ein spion am werk natürlich hat das nicht klappt aber wieso ist der so weit vorgegangen vor allem hier nächste runde können wir uns gold gold 1 einheiten und das ist natürlich extrem gut wie viel 72 ok dann kämpfe ich das so wir sind in einem tal das ist natürlich interessant trocken das mache ich okay so natürlich meine pikiniere in die mitte ich mache mal eine starke rechte ich mache eine starke starke linke weil hier durch den wald kommt kaum was aber aber bitte gänsemarsch so könnte auch versuchen nee das das war nicht also bei solchen einheiten wie die hopliten und so legionäre und so weiter die sind natürlich im wald ziemlich beschränkt also die haben nicht nicht mehr malus von formationen und so weiter beziehungsweise die kann sehr leicht aufgebrochen werden und so die germanischen stämme die haben ja natürlich die haben dann natürlich auch den vorteil dass sie da boni bekommen so erstmal das da zweites mal das da drittes mal das da und die bleiben so gut wow das hat ja das hat ja was gebracht so ihr stellt euch so auf ihr stellt euch so auf der hat kabellerie ne ja 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 dann passt da gut ich weiß nicht was er da hat da könnten nochmal da werden wahrscheinlich noch mal ein oder zwei na wer dies sein kabellerie aber ist nur bürger kabellerie aber das heißt bürger kabellerie kann gegen körper sehr sehr nervig sein natürlich die pikiniere an sich deswegen kämpfe ich oder mag ich die griechischen stadtstaaten nicht so ehrlich gesagt weil am anfang man muss also jede jede jedes gefecht ist quasi gegen pikiniere und das finde ich irgendwie ein bisschen so aber ok ich meine pikiniere sind ja nicht nur schwer so bitte zuerst komplett auf die ferienkämpfer gehen danke bitte und zwar auf die schwerträger weil die machen am meisten damage damage aber aber die von ihnen das sei dass er hier die spät träger angekauft ok das läuft Feuer! Unser General wird angegriffen. Wir töten sie alle. Jetzt! Ich erwarte unsere Bescheidung. Der war schneller. Verdammt. Mitgeschossen, wenn waffen wir den Krieg los. Befehlen! Der mag echt nicht, ne? Oder wird da gerade festgehalten? Ah, okay. Er hat eine Kavallerie erwischt. Süß. Gut, also. Das haben wir auf jeden Fall geschafft. Okay, dann gehe ich mal hier zur Seite. Die werden gerade auseinandergenommen. Ein bisschen krass. Warte, vorbei. So, und du. Jetzt hier mal in den Rücken von denen. Okay, und jetzt könnt ihr hier weitermachen. Weil ihr kümmert euch nochmal kurz um die Letzten. Du könntest jetzt mal ein bisschen den schweren Schuss auspacken. Die brauchst du auf jeden Fall gegen... Die Männer wanken. Gegen die... Äh, was war das denn gerade? Warte, wieso, wieso geht ihr... Warte, wieso geht ihr... Warte, wieso geht ihr... Was war das denn? Super. Die gehen mal hier an den Rücken rein. ist halt wirklich der vorteil von bogenschützen die die könnte es einfach so machen ich mach mal jetzt normalen schuss hier müssen die um noch einen richtig schlechten witz zu reißen toby reitet darauf kommt dass er keine kavallerie benutzen darf ich fand den nicht schlecht weil er so schmerzhaft ist das hier gar nicht die die bogenschüssen dürfen noch mal ein bisschen bisschen üben und ich ja wobei immer den general so 500 verlust in diesen komplett verloren naja gut wieder die bogenschützen die sind echt gut sind halt die kritischen der hat auch nur eine eingekriegt so zu euren diensten ich hole mir mal noch mal 22 seltener weil also ich will hier stehen bleiben aus dem einfachen grund weil hier ist eine brücke und brücken sind so gut zu verteidigen und selbst wenn er und er jetzt dahin kommen kann ich sie verteidigen auch wenn meine beginnere jetzt nicht sehr gut sind nächste runde hey schattenwolf danke für den follow ich finde es gerade komisch dass keine nachricht kam also quasi es kam eine nachricht von also im chat aber es kam der normalerweise kommt da so ein popup warte mal warte mal warte mal warte mal ich muss mal hier kurz okay gut gut okay ich habe sie aus versehen das letzte mal ausgemacht als ich also das habe ich aus versehen zusammen mit der alten cam ausgemacht oh man tut mir leid ich erwarte eure befehle verdammt gut alles kaputt ja jetzt bekomme ich ja schon mal ein follower und du bist nummer 20 voll cool und jetzt ja jetzt bekommst du nicht mal ein popup schade tut mir leid gut also veränderte untertan erlangt allbekanntheit juhu sowas liebe ich ein lama der in epidauros geheilt wurde tanzt durch die straßen die leute verlassen ihre häuser und arbeit um ihm auf seiner pilgerreise zu ehren der götter zu folgen schlechtes omen okay das genau das könnte passieren wenn ich was falsches mache und zwar würde ich sagen ihn verschwinden lassen würde ein schlechtes omen bereiten oder ihn zum schweigen bringen aber ich dance mit dem rum ich meine ich bin spartaner wir dancen doch die ganze zeit rum so macht mal kinder was ist los mit euch ähm schattenwolf ja schattenwolf allein der name ist schon cool ne so hier nochmal mehr nahrung ok habe ich kein geld mehr? ich habe kein geld mehr ich habe kein geld mehr ich werde den weg auskundschaften so dann ja genau so und er greift halt wieder mit soviem pekinieren an ne 2 4 6 warte 6 7 gut aber jetzt zeige ich euch mal wie das gefecht an der brücke ist das ist voll lustig vor allem wenn der gegner der aggressor ist was da jetzt schwierig ist erstens es ist nebel und zweitens äh ich kann halt nicht sehen wo er ist weil es neblig ist ok also ähm das ist jetzt nervig aber ok so also für die brücke brauche ich nicht viel für den übergang brauche ich mehr also für die brücke reicht eine und die etwas kaputten und die anderen müssen hier den übergang die sind halt auch schon ein bisschen gaga aber das ist egal ok und die vier so der ist da drüben unterwegs jetzt muss ich nur schauen wie ich die fernkämpfer aufteile und zwar mache ich das so ja weil hier kann man natürlich in die seite gehen ok ich weiß noch nicht wo ich was hin baue ähm aber ich glaube das passt oh nein seine komplette armee ist hier das ist jetzt sehr unlucky das ist mega unlucky ich behalte die aber trotzdem mal hier falls er sich umstimmen lässt ah das ist jetzt das ist jetzt schwierig natürlich äh ich hatte eine 50 50 chance und habe aufs falsche pferd gesetzt so ein bisschen äh bisschen wieso irgendwie achso hier in die reichweite ist natürlich jetzt auch ein bisschen geschrumpft wieso schießt ihr nicht kommt schon ihr müsst jetzt ihr müsst jetzt liefern ja danke 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 schön so ein bisschen die moral ähm äh äh bashen und jetzt könnt ihr nochmal schießen und ihr schießt auch hier rein ihr kommt äh hier hinten hin die hopliten die hopliten das ist äh wurscht und gütiger ok ich muss hier hin ok ich äh ich komme jetzt mit denen auf weil hier hinten wird nichts mehr passieren ok ich gehe mal ein bisschen raus ok ich gehe mal auf die andere seite weil dann kann ich von von hier in die seite rein schießen so dasselbe mache ich mit denen auch wobei ich gehe mal auf den hügel so warte hier in die pekiniere rein wieso stellt ihr euch so hin aber egal warte äh ich stelle sie jetzt mal wirklich zur seite so 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 und jetzt schön hier reinbämmen müssen so 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 hier sind ja jetzt auch pekiniere das heißt ihr könnt jetzt da auch rein schießen so und das ist doch mal gut dass es gab haltet ihr auf die dürfen hier nicht durchbrechen natürlich brechen so einige wenige durch bitte was wie sind jetzt die alle durchgekommen das ist jetzt interessant das ist mega interessant ah hier kommt die verstärkung, danke unser general ist gefallen warte, warte, warte ich werde gerade angerufen Entschuldigung ja das war falsch verbunden das war es so eine Telefonnummer die genauso aussah wie die von dem einen wichtigen deswegen habe ich das auch angenommen trotz Stream es tut mir leid normalerweise mache ich sowas echt nicht so ja bitte macht das anrufe anrufe annehmen ist echt so ja ich nehme anrufe nur an wenn sie wichtig sind nein Spaß nee aber ich dachte halt das wäre der Goldschmied bei dem ich den Auftrag geben also den ich den Auftrag gegeben habe aber das war irgendwie so eine Kinderin die sich verwirrt hat das ist schon schon sehr ärgerlich gut dann versuche ich mal mit euch hier ein bisschen zu helfen okay ich gehe jetzt mal in die Offensive weil lange halte ich das nicht mehr aus sehr schön das ist gut hier mache ich mit Brand das macht zwar nicht kein Damage Brandschuss aber das gibt Moral war das war sehr schön eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht erwischt Alter schaut halt die Einheiten an von mir Alter Schwede und da wird jetzt auch beschossen von allen Seiten das ist natürlich sehr gut gut aber der hat jetzt auch keine Munition mehr das ist wichtig der geht mal hier hin jetzt gut wenn es wichtig ist reden sie was auch sehr lustig war ich habe denen ja die ganze Zeit E-Mails geschickt also so quasi was ich will was was der Auftrag quasi ist die haben dann immer angerufen und ich so schreibst doch in die E-Mail rein was was los ist und dann jedes Mal haben sie also ich habe halt sehr oft den Anruf verpasst weil ich halt unten in der Werkstatt war und wenn halt Maschinen gerade an sind dann ist es nicht ganz so ratsam dann als Telefon zu gehen auf jeden Fall sehr gut auf jeden Fall kam dann so eine E-Mail so ja wir können sie nicht erreichen rufen sie doch zurück ja wenn sie schon eine E-Mail schreiben dann dann fragen sie halt per E-Mail naja haben sie dann nicht gemacht und dann naja dann musste ich mit denen wirklich telefonieren das ist echt furchtbar so auf jeden Fall gewinnen wir das gut hier können wir langsam langsam ähm genau da können wir langsam diese ähm westliche Armee von ihm einkesseln was ist das für eine äh Challenge äh im Titel ja äh Sparta Challenge ist das was äh die Sarah gerade gepostet hat wobei ich ich sagen muss ich hab schon äh echt Glück weil äh eine Challenge oder ein äh ein Nachteil der Challenge ist halt dass wenn ja wobei warte wenn ähm ähm Makedonien äh mit mir Krieg anfängt äh und Athen eben dann auch dann hab ich automatisch verloren und es war dann zum Glück so dass äh Athen sich nicht auf Seiten von Makedonien gestellt hat was echt äh richtig gut war hatte ich echt Dusel ja jetzt alle rein da macht ihn platt so gut ich spür mir vor die Schlacht wendet sich alter Schwede entschuldigung das alter Schwede sage ich momentan ziemlich häufig aber das war auf jeden Fall ein Kampf der also so so viele Verluste hatte ich selten wie nicht speichern also das bedeutet nur dass das ja genau danke das bedeutet dass ich nicht unter der Runde quasi speichern kann genauso wie bei wenn man legendär spielt auf legendär spielt kann man ja auch nicht während der Runde speichern sondern es speichert immer am Ende der Runde und man darf nicht quasi wie jetzt gerade würde ich gerne neu spielen weil dann könnte ich den General retten und so das darf ich auch nicht also ich darf quasi nicht nochmal nach hinten springen genau ich lasse sie frei dann bekommen wir 1700 Geld oder 1700 bis とか bis 인� producción bis 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017